Jetzt wird geschlossen und dann umkreist ihr den Hund. Aber bitte nicht auf die Hute. Es ist nämlich schön, die Hute auch zu schließen. Sie zeigt zu uns, genau. Sie ist meine Hute. Das ist heiß, rechts, 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 rechts. Das funktioniert hier nicht. Wir gehen mit dem Uhrzeiger. Wir gehen mit dem Uhrzeiger. Wir gehen mit dem Uhrzeiger. Entgegengesetzt. Ja. Ich habe das hier. Ich habe das hier. Danke. Klappe. Ein Platz, ein volles Garten einfallen. Aufzug schließen und aufzugschließen und dann wieder umkreisen. Das ist auch richtig so wie hier. Platz! Aufzug öffnen! Wenn die Zuchtkunde weg ist, wäre übert. Alina, Alex wollte Amira klauen. Ich habe gepfetzt. Alina, da hat man eine ganze Weckerchen verdient. Platz! Genau, Alina, Stefan wollte Amira klauen. Bitte einmal die Amira umkreisen, nicht auf Geburt zu reden. Den Aufzug einmal bitte wieder öffnen. Aufzug! 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 Schließen! Machst du jetzt? Oh! Meine Schwur schließen? Ja! Das war eine Schuhe! Vielen Dank.